hey hey komm ich jetzt da hoch gibt es bestimmt weg irgendwo oder ich habe es übersehen ich habe irgendwas gesehen ja toll da ist das ist mir auch so egal ich mache jetzt dann alles aus gehen oder es ist jetzt nicht mehr so wichtig ich will dass wir spaß haben daran und auch dieses level souverän einigermaßen lösen lässt das ist hier nicht so einfach wenn man hier runter knallen kann und sterben können was ist hier passiert wahnsinn schlüssel hat die wolke aktiviert hatte ja nun irgendwas explodiert ganz gewaltig ich will hoch hier kann ich aber wieder hoch ich wollte eigentlich hier wieder hoch das ist extra nervig ist das okay ich komme hier nicht hoch es kommt gleich eine konone wetten 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 komm komm schießt und ich bin hier oben ja hat ja mal geklappt schauen wir mal was für ein duell das ist so scheiße okay aber ich habe es geschafft könnte hier runter wieder aber ich gehe jetzt diesen weg das ist schon okay so und dann spreche ich hier ab tschüss ne okay oh wei da gibt es noch schlimmere levels als das hier jetzt ich freue mich so auf die eiswelt ah ja er kam wieder zurück dieses kleine baby ob vielleicht bin zu früh abgesprungen oder bin ich das nein bin ich nicht wo geht es denn jetzt ab mit mir nicht weg ach du kacke ach du kacke danke danke jetzt kann ich das nochmal machen das ganze zeug dankeschön die blume muss ja auch einsammeln wieder und das was ich gerade gewonnen habe könnte es sein dass es mir schon gehört das weiß ich selber jetzt nicht ganz blöd getroffen und dann bin ja noch runter gefallen es ist ja so blöd da komm halt mal her komm halt her oh mein es hätte so gut gehen können aber ich wusste ja nicht dass das mit mir passiert ja nein komm mein gott es hat doch funktioniert das ganze mensch das ärgert dann einen das timing ist immer sehr wichtig das ist blöd ich sage es immer wieder gerne diesen schönen bayerischen ausdruck das ist zu zu weit unten gewesen das ganze ja jetzt kommt hat loslassen können vielleicht ach komm jetzt wir sollen das so weitergehen hier das ist ja ganz bescheuert ja mein neuer nachdruck sonst gewöhnt ich mich daran nein jetzt kommen du und ich lasse es jetzt einfach mal es ist mir jetzt egal meine geduld ist zu ende es war doch alles so toll jetzt na mensch ok dann kommst du wieder zurück ja dankeschön das fährt so schnell mit mir und da ist auch noch eine blume drin aber ich werde ich vorhin ausgelassen nein das will ich noch haben hallo 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 irgendwo muss ich wieder abspringen hm ok wir haben ziemlich viel ausgelassen ja ok die eine blume sorry aber das gehen wir jetzt so auf den keks das machen wir dann in ruhe und schillig ja oh aber heute haben wir damit viel glück ja und wir haben ja keine zeit nein stimmt auch nicht auch ja da habe ich mich schlechter angestellt als das vorige level gut hier kriegen wir leben da müssen wir glück haben einfach wir kriegen entweder mal das ist gut und einmal null ist nix ist null ok ah jetzt kommt ein cooler boss der am ende nicht so einfach sein wird weil ich will ja 100 punkte da rausholen schauen wir mal ob meine taktik funktioniert die achte super koopas schloss das ist ein cooler boss wir werden belohnt mit schei geistern klingt komisch ist aber so so war das ok ja queere aber oh ich hatte ich gedacht das wo nein es wörnt wieder auf mit ok so schlimm war es nun auch wieder nicht nein hast nicht geschleckt gut da ist nichts drin dann hole ich mir dieses eilig zurück vorsicht vorsicht joshy ist manchmal zu schnell wunderbar und gleich alles geholt der manchmal klappt einfach erste sahne einfach kümmer rein dort gibt es bestimmt schätze zu finden die noch nicht so durch ich glaube das sind treppen und spiky's live und joshy bleibt unten dann lebst du länger gut hochkommen wir schon noch mal ein bisschen drucken naja wo es will ich auch gar nicht sein okay geht es hier weiter okay passt alles naja schaffe ich das noch nein 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 das schaffe ich nicht so nicht man kann auch über die kette glaube ich springen so viel ich noch weiß aber sicher bin ich mir jetzt nicht so muss ausprobieren wir probieren es aus nein können wir nicht okay was gibt es denn hier treppen ohne ende na geh halt runter was ist denn was ist denn ja jetzt bin ich zufrieden jetzt schaue ich mal weiter was gibt es denn hier hier komme ich hier durch wir kommen überall hin ja keine sorge was haben wir denn hier okay muss man den anderen weg gehen da komme ich jetzt nicht mehr hin aber ich gehe halt noch mal zurück wo bin ich naja hier bin ich doch komm ich habe keine geduld manchmal überhaupt keine das ist manchmal mein verhängnis gut schauen wir mal was auf der anderen seite gewesen wäre gut genau so komme ich nämlich runter und kann mir das hier holen naja gut da kann ich nichts anfangen damit ja dann geht es halt hier wieder zurück gibt es hier noch mal die eier hier oder das ei ja gibt es gut ich sage immer gut ich muss das jetzt rausholen ach das ist nicht schön so zu retten ich brauche einen panzer ich kriege panzer ich muss überlegen was gibt es denn noch zu holen aha was war denn hier los warum kann ich hier hoch und wie komme ich hier wieder hoch das finden wir beim nächsten mal heraus nein wir kommen hier wieder raus ich brauche einen panzer naja jetzt weiß ich wo ich da rauskomme wieder ich glaube ich brauche diesen panzer um da hoch zu kommen ja irgendwie äh nein manchmal mag mich dieses spiel überhaupt nicht und ich stelle mich natürlich auch blöd an ist ja klar aber woher soll man das wissen man muss überall ausprobieren wo man ausspucken kann dass das wieder zurückgeschleudert wird habe ich jetzt nicht wissen können so funktioniert das nämlich wunderbar da kommt die treppe ja dann ist ja alles klar aufgesammelt schauen wir mal da gibt es ja auch noch mal was anderes zum sammeln sehe ich da nochmal eine rote münze wahrscheinlich das ist jetzt nochmal die andere seite und noch ein schlüssel brauche ich glaube ich auch oder habe ich den ja ich habe gut sehr schön da muss ich mal gucken hier komme ich ja nicht durch weil irgendwo hier ne es war jetzt ein kalt da muss ich hier nicht lang da muss man den weg nochmal gehen das ist jetzt nicht so weiter tragisch nämlich kann man halt schon einfach nochmal eine ehrenrunde drehen gut da möchte ich jetzt diesmal nicht durch jetzt schauen wir mal nach oben das wird jetzt interessant ist was beschädigt da möchte ich hin ja leichter als gesagt getan wie ich mich hallo mein freund darf ich dich mal wieder schlecken so kanonenfutter armes ding und wir kriegen nur eine rote münze was für eine ausbeute ok jetzt mache ich so naja wir haben es geschafft wunderbar und die eine rote münze hatten wir ja schon ja und wir können dann hier weiter wunderbar ich glaube jetzt hat alles geklappt gott sei dank und ich hoffe es natürlich noch weiterhin das ganze geht ja noch weiter immer höher weiter nein 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 ach ich wusste es dass das noch passiert jetzt wo ist er denn währenddessen sammle ich alles eine boah war der jetzt schnell so ein sack wir haben alle roten münzen haben wir denn auch alle blumen nein haben wir eigentlich nicht wenn wir alle roten haben naja dann brauchen wir auch keine münze die einsammeln oder gut ich glaube jetzt kriegen wir noch die zwei genau hier kriegen wir sie machen wir erst hier auf und auch gleich schlecken ich glaube wir haben genug okay okay super aha wir haben bis jetzt glaube ich alles gesammelt sehr gut jetzt muss ich das nur noch halten beim endgegner gut was mache ich jetzt hier haben wir mal hier ordentlich durchzwiebeln okay wir sind beim boss ich aktiviere den sternkreis jetzt schon haben wir auch einen mit 10 wahrscheinlich mit sicherheit gut jetzt haben wir alles wünsche mir glück und drückt mir die daumen dass ich das halten kann ihn besiegen locker aber ich möchte ja mit 100 punkten hier rausgehen wir müssen noch ein bisschen weg gehen hier ist nichts mehr versteckt schade eigentlich ah ja hätte ich jetzt nicht verschwenden müssen wir laufen einfach durch ein neighbor und dann kommen wir irgendwo raus nee wir stoppen einfach irgendwann ich hoffe dass wir irgendwann mal stoppen und dann geht alles kaputt und dann kommt einfach nur eine Kröte eine Schildkröte ich hoffe yo los super kuba zeig ihm wie groß und stark du bist du bist schließlich kein umfaller okay den kann ich jetzt völlig gleich treffen schauen wir mal ich brauche glaube ich ein paar Eier ich habe zu wenig Eier so groß ist bist du nun auch wieder nicht nein ich habe es schon versaut nein toll toll danke schön na irgendwie bin ich an den rangekommen und jetzt weg 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 sonst erwischt er mich ziemlich schnell okay das ist die schwierige stelle aber jetzt habe ich mich doch irgendwo blöd treffen lassen und das war dumm nein jetzt kommt naja ja er wollte springen was machst du eigentlich was machst du eigentlich frag mich aber echt hier so schwer habe ich dich nun auch wieder nicht in Erinnerung Mist was mache ich jetzt mit dir ja genau so und nochmal perfekt Mensch ich stelle mich aber auch an heute aber es war ein anstrengender Tag ich war mit einem Freund bouldern das ist klettern und das war sehr ja intensiv das Ganze jetzt springt er gleich aber er ist nicht leicht weil er ist auch so groß jetzt habe ich dich ja tschüss schade schade und tschüss mit einer Bradehose an nackiger Koopa 40 Minuten gespielt übrigens super Zeit für einen Cut Übel Bonus 4 ist offen wunderbar ok Level 4 naja go Roberta it guен du w tao Untertitelung des ZDF, 2020